Wir haben gestern mit dem René Apex gespielt und quasi die Spiele so scheiße gesehen. Sind die überhaupt Gegner hier? Warum habe ich das Game so Loot eigentlich? Das frage ich mich immer wieder. Schiss die Waffe einfach dort rein, wo du es gehen hättest. Naja. Weiss ich nicht. Kann ich verstaun. Ich tue jetzt am Mixed Feinde zu Unrecht. Ich verstand was manche. Ich muss die Leute dazu gehen. Ein paar da unten. Auch wenn ich manchmal einfach ein bisschen blind bin. Hab ich so das Gefühl. Aber das liegt ja nicht am Spiel. Ist gut wenn man alter kriegt. Ja ja aber. Das haben wir gestern bei Apex auch schon gedacht. Du lachst. Man hat auch nicht gewaffnet. Nein. Woh! Da! Komm! Ausschönen Doppelaps. Doppelaps. Ja. Bist du ja? Ja, hab ich gerade auch noch gemacht. Wieder den Lars. Bist du ja? Ich habe jetzt das Problem, dass Gegner nicht was ich würde ohne jetzt ... Wird drüber zum Posen, wird es wahrscheinlich ziemlich zackig herbringen. Das Problem ist eh, dass die Gegner nicht zusammenlaufen. Eindeutig, eindeutig Gegner schuld. Ich werde wieder zwei. Oh Mann. Aber wenn du dort bist und jemand ist hinter, wird er bei uns entspannen. Kann er anladen. Kann er anladen. Oh shit, bin ich dumm. Ich bin gerade auf einen richtig guten Streak da. Ja. Alter, 40 Klicks. Ist gut. Der kann gar nicht zu uns. Da hat sich das Ding schon... Jetzt machen wir Miesl auf, weil ich glaube ich 6-0 habe oder 6-1, aber... Hier ist das... Wo wir... Oh scheiße. Ah, jetzt will ich... Hier ist das nochmal, wo man Munition für den Gegner aufheben kann. Ah, ja. Hier ist der Plünderer. Ja, genau. Böse Schminen-Cham. Oh, nice. Doppelabschub. Aber Gegner sind aber echt nicht so gut, gell. Genau. Immer wieder in der... Lose. Oh, nice. Das Schminens. Finger weg. Haha. Da kommt jetzt ein Bombenteppich. Wow, ich kriege eine Konter-Runde. Wow, jetzt kommt der, muss schnell weg. Wow, es ist nur einer gestorben. Ist das... Traurig. Ah, komm ey. Ich hab mich getroffen. Oh, kurz. Was soll? Ah, na... Bis zum nächsten Mal.